Seit zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass Barack Obama gar kein richtiger Amerikaner, sondern tatsächlich ein kommunistischer Moslem, Außerirdischer aus Kenia war, spielen Geburtsurkunden im Wahlkampf eine wichtige Rolle. Die Wahrheit hat nun endlich auch die Herkunft der deutschen Spitzenkandidaten überprüft. Zwar zeigt AfD-Gerontokrat Alexander Gauland gern selbst gemalte Dokumente vor, die ihn wahlweise als Reichsbürgermeister, Generalfeldmarschall oder Herrscher aller Reußen ausweisen über eine Geburtsurkunde mit dem amtlichen Kartoffelstempel der Bundesrepublik Dingsbums, verfügt der erschreckend rüstige AfD-Junke jedoch nicht. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn als der Greise-Tweet-Faschist, pardon, ich habe mich verlesen, hier steht natürlich Tweet-Fetischist, in grauer Vorzeit vom Stapel gelassen wurde, war die Erde noch wüst und leer, überall nur Blut und Boden, soweit das Auge reichte. In Gaulands heutigen Brandenburger Revier sagten sich statt besorgter Bürger noch Säbel, Zahnbiber und Mabutplötze Gute Nacht, was wiederum beweist, dass die Evolution unter widrigen Umständen auch mal den Rückkehrsgang einlegen kann. Dennoch war vieles besser in jenem Deutschland, der Väter und Vorväter, dessen großes Erbe der eitle Polterkreis so wacker zu bewahren sucht. Der Gender-Wahn hatte die Weibsbilder noch nicht um ihren nachweislich geringeren Verstand gebracht und auch das Linksversiffte, ja sogar das Volksfremde hatte seinen verdienten Platz im Leben gefunden oder zumindest etwas außerhalb davon. Mit leichter Hand war es ins Ausland entsorgt worden, aber davon hatte ja niemand etwas wissen können. Dabei durfte Weiland noch jeder Volksgenosse noch frei heraus sagen, was er ja nochmal sagen durfte und das war ja, weiß Gott, auch genug. Sogar die Flüchtlinge, die mit ihren Handkarren durch die Straßen zogen, als das militärische Genie der überlegenden deutschen Rasse zuletzt etwas erlärmte, waren noch keine degenerierten Muselmanen, sondern kernige Ostpreußen, die jeder gern zum Nachbarn haben wollte. So erzählt es Gauland, jedenfalls allabendlich seinem Spiegelbild, wenn der gelernte Herrenreiter vom vielen mutmaßlichen Volksfetzen ganz müde geworden ist, gemütlich im Sweetsesselchen seines Herrenzimmers sitzt und sein Sweetspeinchen raucht. Doch wenn dann die Nacht über das tausendjährige Reich von Alexander dem Großen einbricht und der Sandmann ihm die Parade abgenommen hat, befällt den alten Kempten immer wieder derselbe erschreckliche Albtraum. Dann nämlich steht der größte Gauland aller Zeiten ganz klein in der langen Schlange vor dem Schalter an, wo die Arie-Nachweise verlängert werden und immer wenn er grad an die Reihe kommt, rasselt plötzlich die Jalousien vor ihm runter. Und das Letzte, was der arme Gauland sieht, wofür er schweißgebadet auch wacht, ist das hämische Grinsen von Frauke Petry hinter dem Schalter. Ist es da ein Wunder, dass der wirklich allerletzte Ostelbe mittlerweile so durchgeknallt und geistig durchkartätscht wirkt, wie eine granatenvolle Strandhaubitze in ihrem allerletzten Gefecht? Ich denke, nein. Eine Bedeutung Ich denke, nein. Untertitelung des ZDF, 2020